Jenny Lange. Ist das ihr neuer Freund? Diese Bilder sprechen eine klare Sprache. Es wurde bereits gemunkelt, dass Jennifer Lange, 27, einen neuen Mann in ihrem Leben haben soll. Denn nach der Trennung von Ex-Bachelor André Mangold, 34, zeigt sich Jenny immer wieder an der Seite von dem Kölner Sänger Darius Zander, 36. Wie sie in ihrer Instagram-Story teilt, haben die beiden nun sogar einen gemeinsamen Wochenendtrip nach Hamburg gemacht und die Aufnahmen, die da entstanden sind, schreien förmlich nach neuer Liebe. Überzeugen sie sich selbst, im Video. Das Sommerhaus der Stars hat André und Jenny nicht nur den letzten Nerv gekostet, am Ende auch ihre Beziehung. Nach der Spuckattacke von Kubilay Özdemir und den Streitigkeiten mit Neumama Eva Benetatou, 28, und ihrem Ex-Freund Chris Breu, 31, nahm auch die einstige Harmonie zwischen André und Jenny ein bitteres Ende. Im November 2020 gab das einstige Bachelor-Traumpaar seine Trennung bekannt. Heute, über ein halbes Jahr später, scheint Jenny wieder bereit für eine neue Liebe zu sein. Und wo könnte man besser herausfinden, ob man zueinander passt, als bei einem gemeinsamen Urlaub? Das haben sich wohl auch Jenny und Dari gedacht. Angeblich sollen sich die beiden bereits seit zwei Monaten daten. Wer ist Darius Zander? Doch wer ist Darius Zander eigentlich? Laut Wikipedia wurde der Musiker 1984 in Köln geboren. Er hat bereits ein Album und mehrere Singles veröffentlicht. Vor zwei Jahren gewann er den Deutschen Rock- und Poppreis. Den zuvor namhafte Künstler wie Pur, Juli und Yvonne Katterfeld erhielten, Das Sommerhaus der Stars, auf TVNOW streamen. Die komplette fünfte Staffel von Das Sommerhaus der Stars gibt's zum Streamen auf TVNOW. Das Sommerhaus der Stars, auf TVNOW episode. DiesMP4NOW hoor почему. Die komplette fünfte Staffel von sind Großw Alright? Von Fünfte, durch und warum. 콘enビuze Ouigeren Und wir wären die in C4NOW. Von Fünfte, codblochen und särgungen. Untertitelung des ZDF, 2020